Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und endlich gibt es mal wieder ein Video. Es wird auch in nächster Zeit mehr geben, das kann ich versprechen. Heute geht es um das Thema Telefonieren. Deine Stimme am Telefon. Und das ist ja gerade jetzt durch die Corona-Zeit viel, viel wichtiger geworden und eigentlich richtig, ja, hat eine Brisanz bekommen, denn am Telefon sieht man dich nicht, man hört nur deine Stimme und wie wichtig die im Business-Kontext ist, kannst du so oft nachlesen. Ich selber habe von einer Unternehmerin erfahren, die bei mir Stimmtraining macht und die hat gesagt, sie hat einen Abschluss gemacht und das Gegenüber am anderen Ende des Telefons hat gesagt, weil sie so eine schöne Stimme haben. Das war natürlich schon ein Kompliment, aber der Ausschlag war die Stimme, denn er hat ja verschiedene Angebote eingeholt. Es war sicher sehr gut, aber wenn du einen freundlichen, einen empathischen, einen vertrauenerweckenden Ton am Telefon hast, hast du ja schon die halbe Miete drin. Weil dann will dieser andere, der will eigentlich bei dir abschließen, wenn er es dann nicht tun würde, wären vielleicht einfach ein paar Faktoren im Angebot nicht in Ordnung. Aber wenn das Angebot stimmt und dem Gegenüber ist deine Stimme angenehm, dann wird dieser Abschluss stattfinden. Deswegen, denk drüber nach, wie wichtig deine Stimme ist. Und Stimme hat auch immer damit zu tun, dass deine Stimme deine Persönlichkeit ausdrückt. Du kannst eigentlich im Sprechen, im Singen eher noch, aber im Sprechen eigentlich gar nicht lügen. Es sei denn, du bist ausgebildeter Schauspieler, dann ist es klar, dann schlüpfst du einfach in eine Rolle hinein. Aber als normaler Mensch wird deine Stimme, deine Emotionen, deine Gedanken, deine Persönlichkeit rüberbringen und ausdrücken. Deswegen überlege, ob du nicht an deiner Stimme was tun willst. Denn gerade, wir wissen nicht, ob es nochmal einen Lockdown gibt. Wir haben alle keine Ahnung, wie es weitergeht. Es wird so sein, dass auf jeden Fall Webinare, Telefonate wieder mehr in den Vordergrund rücken. Und deswegen, achte drauf, dass du deine Stimme gut rüberkommst. Achte auf den Atemfluss. Und wenn du da Hilfe brauchst, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Ich habe gerade einen Mini-Workshop herausgegeben. Also der war live. Jetzt gibt es ihn als kompakten Videokurs in drei Teilen. Und da geht es um Stimme, da geht es um, wie machtvoll deine Stimme ist. Es gibt ganze Menge Übungen, die du machen kannst. Im zweiten Teil und im dritten Teil bekommst du Anleitungen, wie du dich vor der Kamera verhältst, wie du ein Webinar im Webinar sprichst, wie du überhaupt im Homeoffice dich gibst. Also lauter praktische Tipps aus der Praxis auch. Sowieso jede Übung ist von mir erprobt, von mir selber und an meinen Stimmtrainees und Gesangsschülern. Ja, also schau nach auf meiner Webpage BeatriceFischerStracke.com. Dort findest du den Kurs unter Deine Stimme, Dein Kundenmagnet. Und noch ein tolles Angebot. Bis 20. Mitternacht gibt es diesen Kurs noch für 28 Euro. Ein unschlagbares Angebot. Aber ab Mitternacht wird er erhöht. 59 Euro wird er dann kosten. Du kannst also jetzt noch satte 31 Euro sparen. Okay, überleg es dir und mach es gut. Bis bald wieder. Bis zum nächsten Video.